Es ist gut, dass wir die Gelenke gegen den Fahrzeug haben. Ja, der andere hätte sich wieder festgefahren. Aber das ist auch nicht so einfach mit dem. Du musst schon aufpassen. Guck, wenn der hier so schief drüber fahren würde, dann kann der auch kippen. Hier, das ist schneller umgeschmissen, wie du denkst. Ja, genau, weil die Hochbeinigen, die sind natürlich. Da kannst du auch wirklich nur die Siggi oder die Ulli, die wirklich jeden damit fahren. Weil, äh, gut, dass wir die Feuerpatsche alle aufgehoben haben. Ja, wir haben unsere nicht mitgenommen. Scheiße, wir haben so ein Räderhaus. Es ging so schnell, die ganze Strafe haben wir abgekloppt. Da waren sie alle gerascht, weil sowohl diese Entsorge, die wird nichts entsorgt. Ja. Grazie.